Jo, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Unturned, ja? Und ich werde heute einfach mal super lange durch aufnehmen, also wundert euch nicht, wenn keine Anmoderation in den nächsten Folgen sein sollte, nicht? So, ähm, ich brauche erst mal was zu trinken, sehe ich gerade, und das wird Zeit, ne? Hier ist ja alles empty, und was zu essen brauche ich danach auch noch. Ähm, ich werde mich gleich mal damit auseinandersetzen, wie ich nochmal diese blöden, äh, 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 hier Dinge ins Greenhouse Foundations mache. Da, seht ihr, mein Verteidigungsring hat funktioniert. Sehr gut, gut, dass ich den gebaut habe letztens, ey. Okay, ich springe mal hier rüber, so, so, komm, jetzt trinkt er sie erstmal voll hier, seine 74%, die müssen weg da. So, wie viel muss ich dafür trinken? Vier, fünf Stück? Ich trinke einfach mal vier Stück und guck mal, wie weit ich damit komme. So, aber ich glaube, das reicht schon fast. Gucken wir mal, komme ich damit auf 0%? Yeah, baby! Dann nehmen wir die doch direkt voll mit, ne? Wir laufen hier auch mal lieber mit einem Schwert rum, man weiß ja nicht. Irgendwo, wenn ich irgendwelche Wichser sind, weil der, ne, der kam ja auch schon hier. Der hat er anscheinend schon gesehen von da, der krasse Penner. Okay. Dann kann ich auch direkt mal nach da hinten gehen und gucken, was der macht, ob der da hinten wieder die ganze Bude zerlegt. Fände ich jetzt natürlich scheiße, aber soll passieren, habe ich mal gehört, ne? Ja, 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 ja. So, wo ist der hier? Ist der tot? Da liegt er. Matsch. Aber der ist trotzdem bis hier hingekommen. Ich muss hier echt noch diese Dinger hinlegen. Irgendwo hier spawnt er. Ich glaube, der spawnt hier an dem Teil, ne? Guck mal, ein Schoolbag. Da habe ich den jetzt eigentlich noch bei hier. Noch ganz viel Holzkram, den packe ich mal eben vorne rein. Ähm, dann schnappe ich mir einen anderen Rucksack und dann werde ich nochmal auf Erkundung zu gehen, weil ich brauche ja immer noch die Crafting-Sachen, ne? So, also, so geht es ja nicht. So, dann erst mal hier rein. Äh, das hier rein. Boah, scheiße, ey. Ach so, warte mal. Die hatte ich doch doppelt. Dann kann ich doch hier, oh, ich wollte dich da reinstechen. Hier erst mal die Foundations habe ich auch da drüben noch, glaube ich. Hier erst mal die Sandsäcke reintun. So. Das sind die Foundations. Jupp, Foundation da rein. Das haben wir hier noch. Hier noch so eine Brazier oder wie auch immer das heißt. Äh, und hier, guck mal, hier haben wir da auch noch Bretter. So, äh, die beiden Sachen nehmen wir mal da raus und packen die in die Werkzeugkiste. Ne, hier sind ja alle Werkzeuge drin. Und dann habe ich ja hier noch ein bisschen Platz für das hier und das hier und das Bett. Das knüppel ich einfach jetzt noch hier mit rein. So, ich wollte eigentlich die ganzen Stöcke da hinlegen, wurde aber nichts. Und ich hole mir jetzt mal eben das Nachtsichtgerät. Ich hoffe, ich habe das noch. Und das ist nicht weg. Aber ich bin mir jetzt gerade nicht so sicher. Aber ich glaube, ich meine irgendwie, ich habe es noch. So, hier hatte ich doch auch irgendwo noch Rucksäcke drin, ne? Coyote Pack. Ne, genau, das Travel Pack wollte ich haben. Weil das Travel Pack hat nämlich... Ah, ne, Quatsch. Oder war es doch das Coyote Pack? So. Das hat 15 Kilo, aber... Ne, hat es nicht. Ich glaube schon, das ist das größte, das Alice Pack, ne? Hat 20 Kilo und 5 Slots. Mal 4. Also 20 Plätze. Hm. Okay. Dann ist das wohl das Mittel meiner Wahl hier. So, nochmal eben kurz. Da wollte ich noch mitnehmen. Äh, nix eigentlich. Ich könnte die Kettensäge auch hier lassen. Genau, doch, das Nachtsichtgerät wollte ich holen. Äh, wo haben wir es denn? Habe ich das irgendwo hier reingeschmissen? Guck mal, da waren noch Lampen drin. Hm, noch Lampen. Und der scheiß Kompressor da oben. Da waren auch noch Steine drin gerade. Habt ihr gesehen? Krass, ey. So, da leh. Was haben wir hier noch? Was ist da drin? Nix. Nur 4 Lampen. Achso, 4 Lampen habe ich sogar. Ich bräuchte ja eigentlich nur einen geilen... Ähm... Generator noch, ne? Dann könnte ich es ja schon machen. Aber es sieht schlecht aus. Ich glaube wirklich, ich habe die, äh... Irgendwo verloren. Oder irgendwo anders noch hingelegt. Ich gucke jetzt nochmal hier rein. Da ist er doch. Äh, 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 äh. So. Das sieht doch schon viel besser aus. Den Coyote-Pack, den lassen wir auch nochmal hier. Hier vorne in der Rucksackkiste. Das machen wir mal zu hier. Hat er den Ding jetzt hier weggeneigt? War er noch zwei? Ach nee, da fehlt der ganze Rahmen drum. Das ist es. Höh, 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 höh. Ähm, okay. Ich brauche jetzt erstmal ein Auto. Und welches nehme ich denn heute? Nehme ich wieder den Militär-Jeep? Ich nehme den Militär-Jeep. Da ist auf jeden Fall die beste Variante hier überhaupt. So, bü-bü-bü-bü-bü. Und... Ah, scheiße. Ja, ist klar. Ich wollte schon sagen, ey. Hier musste man ja rauskommen. So, muss ich halt ein bisschen mehr ausholen Boah, hat geklappt, geil Okay, und jetzt sieht direkt taghell aus Mit diesen super awesome Nightvision Goggles Und ich baller hier mal lang Und gehe auf Schlachttur Weil ich brauche XP für meinen Crafting Skill Und so geht es nicht Und ich werde jetzt mal, glaube ich Hier heize ich überall durch Ich heize nur die Städte ab Bam Obwohl, komm, hier, die, die, hier sind ja auch 4, 5 Stück So, die kann ich auch noch mal eben machen So, die haben wir alle schön getroffen Den noch töten, den noch töten Und den noch So, schauen wir doch mal, was hier drin ist Weil, ähm, Cloth werde ich auch mitnehmen Weil den kann ich gut gebrauchen, ähm Um noch Dünger herzustellen, da braucht man den, glaube ich, für Was ist das hier? Civilian Bullets? Nö, will ich nicht Habe ich genug Was haben wir hier noch? Molded Potato Brauchen wir auch nicht die vergammelte Tomate Was ist das hier? Ah, ein Wooden Shield Die nehme ich doch immer gerne mit So, weiter geht's 71%, ähm, Kanister brauche ich auf jeden Fall nicht mehr mitbringen Ich habe genug Ich habe gerade gesehen, in einer Kiste waren noch welche drin, ja Also Oh, whoops, sorry Was nicht hier noch so schön ist? Was war das? Was war das? Ach, eine Hose Die kann ich aber zu Kloss verarbeiten So, ist so wie ein Moorhuhn so ein bisschen Du musst nur anklicken, die Leute hier Okay, das hier Vercraften wir doch direkt mal zu Stoff Haben wir doch Okay Hüpp, rein da Und ab geht's Ab geht's Erstmal gleich in der Stadt alle zusammenhupen Damit das auch richtig nervig wird So, damit ich die alle auf einmal töten kann Und ich glaube, ich werde das so machen Ich fahre jetzt gar nicht in die einzelnen Städte Sondern ich fahre nur in die eine Riesenstadt Wo ich letztes Mal nicht mehr hin wollte Weil ich voll war Werde dann da ein bisschen schlachten Und vielleicht auch ein paar Mal einfach Disconnecten Wieder reinladen Dann habe ich da ja auf jeden Fall Ein paar nice Ein paar nice 100 Punkte XP Oder auch 2, 3, 4 hunderte Also das geht gut ab So, ich fahre einfach mal hier so durch jetzt Schon mal so ein bisschen abkürzen Hoffentlich ist das nicht ein Ein Steilufer Und ich lande jetzt im Wasser Das wäre ein mega Abfuck Dann kann ich mir noch ein anderes Auto klauen Aber ich darf die Autos nicht mehr weiter vernichten Sonst wird es langsam mal eng Ach so, lol Jetzt bin ich wieder auf der Straße Ja, das hat sich ja gelohnt Hä? Komisch Verstehe ich nicht Egal Ich brate mal hier weiter Ne, so Hier lang Und ich weiß gar nicht Weil das draußen eigentlich Für, für Wie hell das jetzt ist Ist es schon Tag oder nicht mehr? Ich glaube noch nicht Also noch nicht, ne Nicht mehr ist natürlich Quatsch Weil es ist Das sind Tagessicht Goggles sind das, ne Also Dayvision Goggles Damit kann man bei Tag Alles schön grün sehen Das ist der einzige Zweck von denen Ne Damit man die Gegner nicht so gut sieht Wenn man selber Hervorspielen will Wie geil man ist, ne Okay, wie sieht das denn aus Von weitem Das sieht aber merkwürdig aus Der Baum dann Wie er sich so Da aufbaut Mit so vier Ecken drin Krass, ey Und ich hab gerade hier Mein Mikro angerotzt Also so geht's ja nicht So Wie weit muss ich denn noch Wo bin ich denn hier? Hä? Lol, jetzt bin ich schon hier? Da hab ich aber jetzt Ein krasses Stück abgekürzt Irgendwie meine ich, ne So, komm mal her Bam Oh oh Kommt mir welche von hinten Nein, okay Man muss ja mal kurz Sicher gehen, ne Oh So Die schlachten wir alle So Euch auch noch hier Ja Schön die ganze Wand streichen Mit eurem Blut, ne So sieht's nämlich aus Äh, und ich werd mal kurz gucken Wie hell es ist jetzt Okay, es ist immer noch Volle, keine Nacht Aber irgendwie Finde ich so dann doch Atmosphärischer Batch Und es ist auch nicht alles grün Ne, alles grün Nervt auch so ein bisschen Was haben wir denn hier? Canned Cola Oh, ich hab nix gegessen Als ich gerade losgefahren bin Moldicorn Das will ich nicht Die Cola Ach, die kann ich mir Oh, direkt reinziehen So Aber ich glaub hier vorne Das hier ist doch Ein Lebensmittelladen, oder? Oder irgendwo ist auf jeden Fall Einer hier Was haben wir denn hier? Canned Soup Die esse ich direkt mal Wenn ich nicht so super low bin Mhmm Leckere Suppe Okay Den Klaus nehmen wir mit Und irgendwo ist hier Ich weiß gerade gar nicht Was für eine Stadt das hier ist Ich glaub ich bin irgendwo Ich bin total falsch gefahren gerade Egal Erstmal werde ich jetzt gleich Hier die ganzen Klamotten Die die haben Zu Boah Immer erschrecke ich mich Wenn ich hier raus gucke Weil es immer denke ich Das sind Zombies Die werde ich jetzt erstmal Alle zu Stoff umwandeln So Schön Stoff hier Zack Okay Warte ist hier noch hinter? Nix Und nix Dann kann ich mich ja wieder Hier aus dieser Verfickten Bude verpissen Ne So Da ist ein Laundry Ein Haus Gut Essen hat halt auch viel gemacht Ich fahr jetzt einfach weiter Also Ne Ich fahr weiter Und ich glaub das ist nicht Die Stadt die ich gedacht hab Wo ich Bin Obwohl ich eigentlich hier sein müsste Naja Ich fahr weiter zu der großen Stadt Das soll sich ja richtig lohnen Ne Ich will ein paar mal hupen Und dann müssen direkt tausend Leute kommen Aber was ist denn hier noch? Guck mal Die hab ich doch gerade noch gesehen Zack Die fressen wir mal auf Was haben wir hier hinten noch? Pizza Nix Oh was ist denn? Döschen Das können wir mal alles mitnehmen Und den Rest lassen wir aber hier liegen So So rein in die Gurke Voll aufs Gas gesteppt Ne Und ab geht's Also da ist dieses komische Zwielicht Ne Der Himmel ist voll hell Aber der Boden ist voll dunkel Das nervt irgendwie Aber man sieht so wenig Auch ich hier vor der Höhensonne Ne Also Ich glaube hier links Müsste Ach guck mal Da ist die Army Base schon Aber jetzt krass abgekürzt Ne Also das war schon ein gutes Stück da Die alte Stadt Die Farm Alles schön abgekürzt So ich hupp die nochmal alle zusammen Weil die will ich auch alle umbringen Weil meistens geben die ganz gut XP Hier die Die Soldaten So wo ist denn hier einer? Wir fangen mal mit Die an Jetzt bist Du dran Und jetzt Du Und jetzt du Ja Kanadische Soldaten sind nicht so gut drauf Die kommen dir nur Arme fuchtelnd Oder Arme nach vorne streckend entgegen Ist schlecht Ne Also So Was haben wir denn hier? Leute ich brauche einen Generator Ich brauche einen Generator Oder sowat hier Oder sowat hier Und den da Den habe ich gesehen Ja Ich habe den schon gesehen Ich habe den gehabt Den habe ich gesehen Klatsch So Was haben wir hier? Military Night Vision Goggles Lol Achso Es gibt Zivilien und Military Ah Ah Ja da gucken wir gleich mal wie das aussieht dann So hier Zivilian Military Okay Ah das ist dann so Okay grau Alles klar Nö das will ich aber erstmal nicht Ich will jetzt erstmal das hier So Jetzt gehe ich mal in die Werkshalle rein Weil da oben in den Türmen Da spawnt eh kein Generator Da brauche ich gar nicht hochgehen Ja Und wenn man die hier nicht aufmachen kann Finde ich total scheiße Oder mit einer Brechstange oder so Vielleicht geht das ja Weiß ich nur nicht Also wenn das geht Dann schreibt es in die Kommentare Falls man die doch irgendwie öffnen kann Diese Sachen Ach jetzt kann er wieder nicht rennen ey Er hat auch was mitbekommen Dass hier irgendwas los ist Er auch Weißt du Er auch Krass So Tod Okay Hier sind auch nochmal drei Stück drin Nur ein Carjack So Ich schnitzel euch einfach Irgendwas in den Kopf So Zack 5 und 4 Warum nur 4 Die sind voll krass Die Die Kriecher Also die sieben waren immer viel zu spät Die Bastarde ey Sotale Hier gehen wir mal Manöber Und schauen was die hier so für uns haben Ne war Nix haben sie Was ist das hier drunter Landmine Die nehme ich doch mal mit Ja Hatte ich schon dann mitgerechnet Dass du mich jetzt siehst Ein Beret Könnte ich mir natürlich auch mitnehmen So für tagsüber Ne So Das hier Dann sehe ich voll awesome aus Okay Ich sehe so awesome aus Wie die awesome Nauts Hahaha Voll der geile Reim Ne Okay Äh Hier so ne Military Bullets Braue ich nicht Was ist das Holographic Sight Habe ich auch genug von Vor allem stecken die auch nicht Die kann man nicht in der Kiste Alle aufeinander legen Das ist total beschissen Also da kann ich nur mit dem Kopf schütteln Und mich mal kurz kratzen Also So was habe ich denn jetzt schon aufgesammelt hier Guck mal Schon wieder voll viel Die Army Fatigue Die machen wir auch mal direkt kaputt Adrenalin Ach komm Nehme ich Dann bin ich zumindest voll Hat er nicht mehr genommen Sehr gut Dann kann ich es ja nochmal nehmen Es steckt jetzt zwar schon in der Vene Aber Ist okay noch Ne Ist ist okay So ich fahre einfach mal hier so quer bergauf Ne Bam So Fahr Komm Du Piskurke Ne Da unten ist die Straße Weil ich will hier mal so Außen gucken was hier noch so ist Weiß ja nicht ob auf der Insel zum Beispiel was ist Und hier ist glaube ich schon die Stadt Ne Ja Guck mal das ist auch hierdurch viel kürzer Als wenn man außen rumfährt So Jetzt hupen wir schon mal welche zusammen Den Koch überfahre ich So Kommt alle her Oh 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 von hinten Die Wichser Ich schlage einfach die ganze Zeit drauf Oh 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 Hier ist irgendein Gebäude hinter mir Oh Gott Das hätte jetzt aber böse Oh 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 Meute Das hätte jetzt auch böse in die Hose gehen können hier Und da ist so viele Pulle Habe ich jetzt nicht mit gerechnet Ehrlich gesagt Oh und da kommt noch ein Kriecher von hinten Weiße Kriecht hier voll in den Arsch rein Und da war noch einer Da wieder so ein Kriecher Ich laufe mir hier vorbei Ich muss mir noch ein bisschen Kreiskeiden hier Und die Kriecher gehen mir verdammt um den Sack ey